Heute zeige ich mal in Affinity Publisher, wie man eine Fußnote einfügen kann. Ich habe hier einen Fülltext eingefügt und wenn ich eine Fußnote hinzufügen will, gehe ich hier oben auf Fenster, Verweise und jetzt gehe ich auf Noten. Jetzt erscheint hier rechts dieses Feld, dort kann ich jetzt auf Fußnoten gehen und wenn ich eine Fußnote hinzufügen will, gehe ich hier oben links auf dieses Symbol Note einfügen. Jetzt sehen wir, erscheint hier unten ein Strich und eine 1. Ich kann jetzt hier meinen Text eingeben. Wenn ich eine zweite Fußnote hinzufügen will, wähle ich einfach wieder eine Stille aus, gehe dann auf Note hinzufügen und kann meine zweite Quelle angeben. Jetzt das Problem ist jetzt, hier, ich kann dieses Feld nicht manuell verschieben und um das zu lösen, mache ich nochmal alles rückgängig und jetzt schiebe ich meinen Rahmen ganz nach unten und wenn ich jetzt eine Fußnote hinzufüge, dann kommt die Fußnote auch ganz unten im Dokument und nicht hier mitten im Dokument. Falls ihr die Fußnote dann trotzdem weiter oben haben wollt, könnt ihr bei Positionierung, bei Notenposition von unten in Spalte auf unter dem Text machen und dann erscheint eure Fußnote unter dem Text. Ich behalte es aber meistens bei unten in der Spalte und wenn ihr hier diese Linie löschen wollt, könnt ihr auf Trennlinie gehen und dann entweder hier bei Konturstil die Farbe und die Dicke ändern oder die Linie ganz entfernen bei Trennlinie zeichnen. Wenn ihr dann noch die Schriftart eurer Fußnote ändern wollt, einfach Doppelklick und dann einfach euren Text ändern. Und das war's. Danke fürs Zusehen und Tschüss.